Wenn ich über Flexibilität und P3 nachdenke, dann fällt mir als erstes ein, dass das bei uns gang und gäbe ist. Also Flexibilität ist in unserem Job völlig normal und nicht jeden Tag allgegenwärtig. Wir sind als Netzwerk organisiert, das heißt wir glauben daran, dass wir intelligente Menschen in der Firma intelligent miteinander verbinden müssen und dass dann Großes entsteht und das passiert auch. Und deshalb werden diese Verbindungen und diese Netzwerkknoten, die variieren ständig. Das heißt, du bist heute in einem Team und du bist in einem halben Jahr vielleicht in einem ganz anderen Team, auch in einem anderen Ort. Und Arbeit ist einfach nicht lokal verortet, sondern du gehst dahin, wo der Schmerz ist und wo der Schmerz unserer Kunden ist und wo wir helfen können und unterstützen können. Und dadurch musst du halt flexibel sein, klar. Aber im Gegenzug ist die Firma halt genauso flexibel. Also hier dreht dir halt keiner ein Stück zu, wenn du mal ein Bahnticket einreichen musst, weil du von A nach B gefahren musst, weil du halt flexibel sein musst. Ja, du machst auch vollkommen unterschiedliche Sachen. Also wenn ich mir überlege, ich bin von Haus aus Bauingenieur, ich habe mal gelernt, wie man Brücken baut. Und das wollte ich auch eigentlich immer machen, mit ganz viel Beton um mich schmeißen. Und habe ich aber nie gemacht. Ich bin dann bei der P3 eingestiegen und habe erstmal Beratungsprojekte gemacht. Das waren IT-Projekte, das waren Reorganisationsprojekte, das waren Entwicklungsprojekte. Also vollkommen unterschiedlich flexible Sachen. Und das war toll und das ist aber bis heute noch toll. Das habe ich sieben Jahre lang gemacht und dann bin ich irgendwann in den Personalbereich gewechselt. Und jetzt kümmere ich mich um Menschen. Und auch das ist großartig. In welcher anderen Firma kannst du das? Also in jeder anderen Firma musst du genau irgendwie diesen einen Posten, diesen einen leeren Stuhl, den es da gibt, genau dafür musst du studiert haben. Und dann kannst du dich da hinsetzen und dann sitzt du da aber auch dein Leben lang. Und bei uns ist es halt flexibel statt lebenslänglich.